Uhans ist eine Gemeinde im französischen Departement d'Ups in der Region Bourgogne-Franche-Conte. Geografie Uhans liegt auf 634 Meter, etwa 12 Kilometer nord-nordwestlich der Stadt Pontalia. Das Haufendorf erstreckt sich im Jura in einem Talgessel eingetieft in das Hochplateau von Val d'Ussiers südlich der Karstquelle der Lue. Am Nordfuß des Mont d'Ussiers, die Fläche des 15,85 Quadratkilometer großen Gemeindegebiets umfasst einen Abschnitt des französischen Juras. Der zentrale Teil des Gebietes wird vom Talgessel von Uhans eingenommen. Hier vereinigen sich mehrere Trockentäler, die einst von Quellbächen der Lue gebildet wurden. Sie sind in das durchschnittlich auf 700 Meter liegende und überwiegend von Wiesland bedeckte Hochplateau von Uhans eingesenkt. Nördlich von Uhans vertieft sich das Trockental weiter und erreicht nach kurzer Zeit den Kessel, in dem die Lue mit einer stark schüttenden Karstquelle am Fuß einer rund 100 Meter hohen Felswand entspringt. Auch der obere Teil der Gorge ist den Ualles einer markanten, von der Lue geschaffenen, schmalen und rund 250 Meter tiefen Felsschlucht. Gehört zu Uhans. Nach Osten erstreckt sich das Gemeindeareal über den bewaldeten Hang des Mont Dussiers bis auf den breiten Höhenrücken des Mont Pellé. Eine Antiklinale des Faltenjuras, hier wird mit 1045 Meter die höchste Erhebung von Uhans erreicht. Außer dem obersten Abschnitt der Lue besitzt das gesamte Gebiet keine oberirdischen Fließgewässer, weil das Niederschlagswasser im verkasteten Untergrund versickert. Nachbargemeinden von Uhans sind René d'El, Mautier, Hautepierre, Aubonne und Saint-Gorgon-Main im Norden, Laschaux und Bonny im Osten. Guleusias im Süden sowie Evelas im Westen. Geschichte Im Mittelalter gehörte Uhans zur Herrschaft René d'El. Zusammen mit der Franche Conque gelangte das Dorf mit dem Frieden von Nimwegen 1678 an Frankreich. Sehenswürdigkeiten Die Dorfkirche Saint-Maurice wurde 1720 an der Stelle eines Vorgängerbaus weitgehend neu erbaut. Von der ehemaligen gotischen Kirche aus dem 15. Jahrhundert sind der Portalbereich und Teile des Schiffs erhalten. Auf einem Hügel nordöstlich des Dorfes steht die Kapelle Notre-Dame des Onges. Im alten Ortskern sind einige Bauernhäuser im traditionellen Stil des Hautdubs aus dem 18. und 19. Jahrhundert erhalten. Zu den bedeutendsten Natursehenswürdigkeiten der Franche Conque zählen die Source de la Louée und die anschließenden Gorges de Nuales. Bevölkerung Mit 371 Einwohnern gehört Uhans zu den kleinen Gemeinden des Departement-Dubes. Nachdem die Einwohnerzahl in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts markant abgenommen hatte, wurde seit Beginn der 1980er Jahre wieder ein kontinuierliches Bevölkerungswachstum verzeichnet, Wirtschaft und Infrastruktur. Uhans war bis weit ins 20. Jahrhundert hinein ein vorwiegend durch die Landwirtschaft, insbesondere Milchwirtschaft und Viehzucht, sowie durch die Forstwirtschaft geprägtes Dorf. Daneben gibt es heute einige Betriebe des lokalen Kleingewerbes, unter anderem eine Käserei und mehrere Handwerksbetriebe. Viele Erwerbstätige sind auch Wegpendler, die in den größeren Ortschaften der Umgebung ihrer Arbeit nachgehen. Dank der Nähe der Source de la Louée, die jährlich rund 150.000 Besucher anzieht, profitiert Uhans heute auch vom Fremdenverkehr. Die Ortschaft liegt abseits der größeren Durchgangsstraßen, ist aber von der Hauptstraße N57, die von Besancon nach Pontalier führt. Leicht erreichbar, weitere Straßenverbindungen bestehen mit Levi und Guleusiers. Leicht erreichbar, weitere Straßenverbindungen bestehen mit Leichter und Leichter und Leichter und Leichter und Leichter.